Herzlich Willkommen zu den Jürgen von Adipur, in diesem Video das zweite Türchen vom Matchtag der Rennskalender Ja, dann ist heute in Türchen Nummer 2 Wieder eine Bundesliga-Momentkarte und zwar diesmal Jivin Kjotnjobkia, Bundesliga-Momentkarte von Schalke Und dann noch Adam Zolloi von Hoffenheim Ja, das war's von Türchen Nummer 2, wenn sie gefällt werden, bis zum nächsten Video, ciao